Handkabel gezogen oder was? Vollgeist-Cheater. Ja, das sah aus wie so ein Vollgeist-Cheater, ne? Und ich fliege dabei! Waaat, ich fliege! Ich fliege! Superman! Es gibt so ein paar Stunbugs hier, wo man dann irgendwie feststeckt oder sowas. Mhm. Schubs, aber was hast du gemacht, dass Mama-Sein sagt, du bist sympathisch? Lexi, eigentlich sage ich immer, ab 500 Bits ist ein Spin, weil das gleich auf wäre mit den Subs, damit das fair ist, ne? Weil die Subs nur... Der günstigste Sub ist für 5 Euro und deswegen wäre das unfair, wenn die Bits ein bisschen günstiger wären. Ich habe perfektes Loadout. Ja, ihr habt auch ganz gutes. Wenn im Handschuh... Also wenn im Arm... Shihai-Handschuhe... Okay. Ich habe das gleiche geschrieben wie die anderen auch. Okay, dann weiß ich auch nicht. Seht ihr? Leute, Pro-Gamer-Moves. Pro-Gamer-Moves. Schon erster Kill. So läuft das ab. Genau so. Genie, danke schön für den Twitch Prime Sub. Kurs geht raus. Beide verfehlt. Genie, du kriegst natürlich auch noch ein Spin. Philipp, du kriegst auch noch einen. Ich hole noch nach. Keine Sorge. So, zack. Und Philipp, du kriegst auch noch mal einen Spin. Oh, Philipp. Philipp kriegt Jackpot. Zack. Darf ich jetzt... Flexi, du hättest einfach noch 100 reinpacken können. Komm, du kriegst zwei Spins. Damit das keine Verwirrung ist. Flexi, du kriegst jetzt zwei Spins. Es hätte 100 gereicht, wenn du nachträglich noch rausgehauen hättest. Einmal Liegestütze. Und... Und einmal 100 VIP. Guck, bin ich nicht gnädig. Mein ich mal bin ich schon ein großzügiger Gott. Und Bench hat den einfach gesnatcht. Ja, okay. Was steht auf dem weißen? Jackpot steht auf dem weißen. Ey, das ist meiner. Wir haben den beide gegrappelt. Danke. Und der hat noch mal 500 Bits raus. Kriegst du noch einen Spin. So, die Runde haben wir gewonnen. Die Runde haben wir gewonnen. So, ich geb mal Flexi, lol. Mal VIP. Die Squats sind leider heute pausiert. Die Squats sind heute leider pausiert. Ich hab immer noch Muskelkater in den Oberschenkeln. GG. GG. Error. Dankeschön für die Bits. Gikali in 88. Vinci. Lisa Lennart. Luca. Sakul. Dankeschön für euren Follow hier auf Twitch. Kost geht raus. Tschüss. ab den zweiten warum flüchtet er ist so gar nicht los springt darum so mensch let's go perfekt jetzt auf den anderen jetzt chill break sein teammate kommt er schlägt mich auch aber ab 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 ist noch da mensch ruhig noch alles gut okay ein bisschen noch von heute nacht ein bisschen ko aber ich komme ins krankenhaus gebraucht er hat es ja gesagt wegen patienten verfügung schwerer als und folgt wie aber soweit stabil künstliches koma aber stabil deswegen so ein bisschen ablenkung gut gut ja ich versuche mein bestes auch wenn ich bei sowas nicht weiß wie ich mich verhalten soll alles gut können ganz normal spielen aus der zone rausgepickt leute wie eine rosine limousine zack 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 schade bin down aber ich glaube das gewinnen wir das gewinnt ja freut mich auf die ps5 ich auch ich auch leute und tatsächlich in zwei monaten ist es schon soweit ne oh gott was habe ich hier für ein ruckelanfall das war aber aber ja 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 was habe ich da jetzt für einen krassen effekt ausgelöst das sieht cool aus an kabel gezogen oder was vollgeist cheater ja das auch aus wie zum vollgeist cheater ne ab in 150 er ist alleine das habe ich den anderen zumindest habe ich den anderen bisher nicht gesehen habe ein erster kill geht auf uns ich glaube das alleine der arme aber der ist bisher als finale gekommen alleine habe ich aber auch schon mal geschafft tatsächlich solo wäre es ist geiler du leute in marvel knockout bis zum halbfinale ging gut durch je nachdem ja wenn ich irgendwas doch hier ist er noch also falls du noch ein bisschen skills damage braun mit mal irgendwas machen willst ich habe es endlich geschafft immer so mit prime twitch zu verbinden und direkt die tomate rausgehauen ehrenmann los geht raus ihr kriegt gleich noch eure spins leute nachträglich wobei wir haben gerade eh ne gechillte runde ne du hast den glitch benutzt wenn man tanzt und tornado benutzt fliegt man ok warte mal kitty kitty i make it aaaaah ok jo man ist nicht man fliegt nicht nur man ist auch richtig schnell dabei also ich bin gerade richtig flott unterwegs leute guckt euch das mal an und ich fliege dabei ich fliege ich fliege superman let's go baby vollgeist x fortnite ist da kann ich jetzt noch irgendwas einsetzen ne ich kann aber nichts mehr einsetzen doch jetzt doch jetzt kann ich wieder einsetzen ok also einfach einen dance im auto ausführen und dann kannst du strong fliegen leute wie superman let's go let's go aber ab in den himmel wie weit kann ich hoch fliegen ich weiß gar nicht hoch fliegen also wenn ich gleich sterbe es tut es mir leid aber dann haben wir immer noch einen punkte vorteil ich möchte gucken wie hoch ich fliegen kann aber mal ausprobieren vollgeist vollgeist und da hört der effekt auch auf da hört auch leider auf kriege ich falsch schaden nö kein fall schaden ok lustiger bug leute tanzen dann zu nah dann ist er abgehoben uuuhh genau so wie viel fps schafft dein pc 5000 die frage ist so allgemein das ist so als wenn du fragst wie lang ist eine straße also mein rechner schafft um die 10.000 fps würde ich sagen wobei kann auch 20.000 schaffen jeff g1 dankeschön für dein twitch prime kost geht raus hier hast du den spin eine liegeschütze wie viel müsste ich inzwischen machen crafting du zählst doch immer da schön im hintergrund zusammen vier stück oder so ne so auf finale weiter fast perfekt ja ich habe auch ganz gute iron man laser she hulk aber die gegner haben ja auch das gleiche von daher aber es geht ja darum dass man damit umgehen kann keine chance da noch auszuweichen glaube ich ich möchte mal ein bisschen mashallah maxi dankeschön für eineinhalb euro das ist meine schiefe zahl dankeschön für den support oh mein gott ich habe den cheater gekillt leute der hacker wird gehackt sehr schön ach als ob smart 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 ist weggejumpelt haben wir aber so jetzt zu zweit auf den aber der hat sich gefinished und du hast auch kein region ne ne als ob er mich hittet perfekt ich versuche zu flüchten wegen hp ab 100 es kam der hat aufgegeben oder ja das riecht nach epischen oder eben diesen modus habe ich schon so viele siege geholt ist so der ist richtig nice endlich können die leute nicht bauen schon kriegen die direkt einen auf die fresse das war synchron ja das sieht mega elegant aus oh da hat er da haben wir da ist dann nice aus gerade ne ja alle dynamo skins in diesem modus sind schlecht ja ich habe glaube ich noch nie ein einzelne dynamo skin hier gesehen das ist ja das schöne die können ja nix subcuta 13 monate schon kurs geht raus subcuta kriegst natürlich auch ein spin aaaah schade finaler kill ein judy in the chat bitte ein judy in the chat bitte ein judy in the chat bitte Leute dr vor dem 10 11 unk